Hallo und herzlich willkommen auf The Sunken World. Endlich mal wieder ein Map-Showcase. Die Map ist nicht ganz neu. Ein paar von euch werden die vielleicht schon gesehen haben oder zumindest davon gehört haben. Da war gerade so ein Basilo unterwegs. Wir sollten ein bisschen vorsichtig sein. Da wird aber immer noch dran gearbeitet. Vor einiger Zeit kam wieder ein größeres Update raus. Und ich hoffe, dass sich an der Map weiterhin was tut. Das ist nämlich eine der coolsten Maps für Leute, die gerne im Meer unterwegs sind. Ich denke, der Name sagt es schon. The Sunken World. Das heißt, hier gibt es sehr großen Fokus auf den Unterwasserwelten. Hier gibt es diverse neue Biome, die wir so noch nicht kennen. Oh, da ist er. Es gibt relativ wenig Landmasse und dafür sehr viel sehr schönes Meer. Die Map ist aktuell noch gar nicht so groß, aber dafür unglaublich schön und sehr detailliert. Ich denke, wir fliegen einfach mal eine Runde drüber und gucken uns die so ein bisschen an, dass wir eine Idee davon kriegen. Und natürlich schauen wir uns auch die Unterwasserwelt ganz besonders an. Für alle von euch, die sich einen neuen Gameserver mit The Sunken World holen wollen, habe ich einen Geheimtipp. Und zwar bekommt ihr über den Link in der Videobeschreibung 10% Rabatt auf alle Gameserver bei Gportal. Nicht nur für ARK, auch für diverse weitere Games. Gportal kann ich euch im Gameserver-Bereich absolut empfehlen. Die haben Top-Hardware und ein wirklich gutes Web-Interface, wo ihr sämtliche Spieloptionen konfigurieren könnt. Der aktuelle Stand der Map lautet 30 bis 40% fertig. Es gibt auf jeden Fall schon einen Obelisken da drüben. Das ist wunderbar. Hier gibt es überall diese Stein-Vogelköpfe. Das ist auch sehr cool. Das ist so ein bisschen das Markenzeichen der Map. Und wir fliegen jetzt erstmal so ein bisschen rüber, gucken uns die Landwelt an. Es gibt, denke ich, noch nicht alle Dinos, die man so gerne hätte. Einfach, weil die Landmasse auch viel zu klein dafür zu sein scheint. Das ist eher so eine Inselwelt, könnte man sagen. Zwischendrin immer wieder mehr. Und gerade das Snowbio kommt, glaube ich, auch so ein bisschen zu kurz. Also wir sind hier eher in so einer tropischen Inselwelt unterwegs, was mir natürlich super gut gefällt. Aber wer da gern einen Wolf hätte, der wird hier wahrscheinlich nicht fündig werden. Also es ist, wie gesagt, eine Map, die auf die Unterwasserwelten fokussiert ist und die Landmassen so ein bisschen kleiner auf jeden Fall hält. Hier haben wir dann das Snowbio und einen Teil davon. Das sieht auch alles sehr schön aus. Also auch die Landmassen sind eigentlich sehr schön modelliert hier. Sehr interessant. Ihr seht schon, manche Felsen hier haben so ihre Eigenarten. Also definitiv viele Felsen in Kopfform hier unterwegs. Da fliegt einer. Das ist ein Pelagornis. Hier haben wir so eine schöne kleine Eishöhle. Also die Map ist unglaublich schön gestaltet. Das auf jeden Fall, muss man so sagen. Hier gibt es ganz viel Kristall, es gibt Öl. Und ich denke, dass hier auch viele der Snowbiome-Tiere dann spawnen werden. Momentan sind jetzt noch nicht so viele unterwegs. Die Bäume hier sehen alle so ein bisschen tot aus, ehrlich gesagt. Und hier haben wir irgendeine mysteriöse Festung. Ich glaube, da unten ist sogar ein Hülleneingang. Okay. Jetzt ist wieder die Frage, wie viel wir hier eigentlich spoilern wollen. Ich denke, man kann da bestimmt irgendwie durchtauchen und unter der Festung durch und so weiter und so fort. Aber das könnt ihr euch dann mal selber untersuchen, hätte ich gesagt. Das hier ist diese Nebelfestung mitten im Snowbiome. Da ist es auch wirklich neblig drin. Also wenn wir da reinschauen, dann werden wir gar nicht so viel sehen, denke ich. Das ist wirklich total neblig. Und ich wette, dass es da so ein paar interessante Sachen zu entdecken gibt. Ja, also das lassen wir mal so ein bisschen stehen. Dass wir noch so ein bisschen Mysterium erhalten. Sehr cooles, kleines Snowbiome. Ich denke, dass da noch einige Tiere nachspawnen werden. Ich bin noch nicht so lange auf der Map unterwegs gewesen. Das heißt, da wird dann sicherlich noch das ein oder andere Tier erscheinen. Aber wie gesagt, das ist eine Map in Progress mit 30% bzw. 40% Fertigstellungsgrad. Würde ich jetzt davon ausgehen, dass die Map noch nicht so ganz spielbar ist. Aber für so einen kleinen Ausflug, für so einen Urlaub von einer anderen Map aus, wäre die auf jeden Fall schon tauglich. Okay. Wir gucken noch mal so ein bisschen rüber in die andere Richtung, was es da so gibt. Wir rauschen hier einmal rüber. Ah ja, hier gibt es gleich noch eine ganz interessante Stelle. Da habe ich nämlich einen Höhleneingang entdeckt. Also es gibt natürlich wieder diverse Höhlen, ist ja klar. Die hier ist noch ein bisschen spezieller. Ich denke, die schauen wir uns auch kurz an. Das müssen wir jetzt spoilern. Einfach, damit ihr auch seht, was es hier so alles gibt. Es gibt nämlich auch eine wunderschöne Aberration-Welt. Das hätte man, denke ich, nicht erwartet bei dem kleinen Höhleneingang. Aber ein bisschen dunkel ist es hier. Da haben wir Wasser. Das hier ist die Aberration-Unterwelt. Da ist zum Beispiel eine Rollrad unterwegs. Ich habe hier auch schon so eine Riesen-Krabbe gesehen. Also Karkinos gibt es auch. Super coole versteckte Basilo-Fledermäuse. Höhlenwelt hier. Sehr cool. Es gibt ja auch mehrere Ein- und Ausgänge. Meine Hoffnung war jetzt, dass wir gleich wieder einen Ausgang finden. Da ist auch schon einer. Okay. Fledermäuse. Onyx. Nichts wie raus hier. Das ist also die Aberration-Höhle. Also da gibt es definitiv auch höhlentechnisch viel zu entdecken auf der Map. Mit die schönsten Land-, also Inseln, Landmassen gibt es eigentlich hier drüben. Also ich würde wirklich Insel sagen. So richtig Landmasse ist das ja alles nicht. Da drüben gibt es diese, weiß nicht, sieht so ein bisschen aus. Das sind halt immer diese Plateaus, einzelne Plateaus. Hier in der Mitte haben wir so einen Palmenwald, der so ein bisschen tiefer gelegt ist. Ich glaube auch mit so einem kleinen Durchgang zum Strand. Genau, da ist so ein schöner kleiner Felsbogen. Und hier oben auf diesen Plateaus, auf dem obersten Plateau, gibt es dann auch so einen coolen See. Und das da drüben ist ganz ähnlich. Also die Plateaus, die sind alle vergleichbar. Die haben immer so kleine Seen mit drauf. Und die sind ziemlich schön gebaut. Also ziemlich schön ebenerdig alles. Da kann man richtig gut Bases drauf errichten. Und das ist, denke ich, auch so. Das sind so die schönsten Locations hier auf der Map. Wunderschönen Grün. Mit schönem blauem Wasser. Ein paar Fischis. Uh, hier haben wir den Obelisten. Okay. Also teleportieren ist kein Problem auf der Map. Reisen geht auf jeden Fall. Und das sind hier diese Plateauinseln, nenne ich die mal. Mit vielen Palmen und wunderschön. Ja, soviel mal zu den Landteilen der Map. Ihr seht schon hier links draußen, da gibt es irgendwie so eine Map-Begrenzung. Ich glaube, dass das die aktuelle Grenze der, also des Fertigstellungsstandes quasi ist. Wenn man darüber hinaus geht, dann ist das zwar möglich, aber da ist dann nichts mehr zu, da findet man nichts mehr. Da ist die Welt dann relativ unbelebt. Aber da ist keine Kartengrenze, also ihr könnt da weiter rausschwimmen bis zur Kartengrenze. Und ich denke, da wird es dann auch später noch weitergehen. Aber momentan ist es da halt noch nicht fertig. Deswegen wurde da diese Markierung, quasi die Kartengrenzenmarkierung hier eingefügt. Move out. Safe Zone ist hier drin. Genau, und das dann außerhalb. Da ist die Map noch nicht fertig, also da besser noch nicht hintauchen. Könnte sein, dass da irgendwas schief geht. Puh, da haben wir schon einen schönen Leadsichti. Zu dieser Map gehört die TSW-Additions-Mod. Die solltet ihr auf jeden Fall mit dazunehmen. Die bringt ganz viele coole Dino-Varianten, also Farbvarianten. Die bringt auch ein paar Tiere, die ihr noch nicht kennt. Das ist ein Spino. Und die ist auch wichtig für diverse Ressourcen, die man so sammeln kann. Also die sollte man auf jeden Fall dazunehmen. Das macht absolut Sinn, wenn ihr euch hier die... Oh, was ist das? Ein Haifisch und... Hm. Ja, wenn ihr euch die Map holt... Ah, das ist eine riesige Schildkröte. Dann holt euch auf jeden Fall die TSW-Additions. Sonst könnte es sein, dass es da irgendwie Probleme gibt beim Abbau gewisser Ressourcen und so weiter und so fort. Und ihr würdet auch... Die ganzen schönen Tiere würden euch fehlen. Das gehört hier auf jeden Fall mit dazu. Viele Spinos hier im Meer. Sehr cool. Und richtig schöne Korallenbäume hier. Das ist ein Manta. Ja, ich denke, wir schwimmen hier einfach noch mal so ein bisschen rum. Und gucken uns die Unterwasserbiome an. Die sind nämlich auch echt super hübsch. Da unten haben wir so blaue... Oh, was ist das? Das ist eine Krake, ne? Das ist eine Krake im Felsen. Jetzt kommt sie raus. Okay. Die ist wohl im Felsen gespawnt. Das ist ein Hammerhai. Oder? Der wird jetzt gerade gefressen. Das ist so eine Art Hammerhai unterwegs. Okay. Sehr cool. Also da ist dann so ein bisschen mehr Abwechslung auch unter Wasser geboten. Das ist auf jeden Fall cool. Wo sind wir denn jetzt gerade? Genau, wir sind hier hinter diesen Plattforminseln. Ja, und ich denke, hier gibt es ganz viele Ressourcen. Man sieht überall die Ölschwaden. Man sieht immer wieder Kristall. Und bestimmt sind auch ein Großteil der Korallen irgendwie abbaubar. Sehr, sehr schöne Unterwasserwelt. Und geht auch teilweise echt tief runter. Also kann gut sein, dass da unter uns teilweise noch echt viel versteckt ist. Wir zischen jetzt einfach nur mal fix durch. Aber ich habe schon entdeckt, dass man hier, ja, dass man viel Zeit mehr verbringen kann, dass man alles gesehen hat. Es gibt quasi auch mehrere Ebenen sozusagen. So, dann müssen wir erstmal wieder hoch. Hier geht es auch schon wieder ziemlich tief runter. Da ist eine Krake. Oder? Ne, was ist das? Das ist ein Moser. Ein aufgedrehter Moser. Der, der gegen Rochen kämpft. Okay. Nice. Hier haben wir diese grünen Algen vorwiegend. Oder Unterwasserpflanzen. Irgendeiner Art. Und ich glaube, hier ist die Map zu Ende. Schauen wir mal, wo wir sind. Dass wir uns so ein bisschen zurechtfinden. Okay. Wir sind wieder ein Stück weiter. ganz am Kartenrand unterwegs. Da gibt es bestimmt auch immer wieder Höhleneingänge an Land. So, hier haben wir wieder neue Korallen. Das sieht auch sehr cool aus. Und dann sind wir hier in diesem Kristallbiom so ein bisschen. Also hier gibt es ganz viel Kristall. Da sind auch diese Kristallvorkommen an diesen an diesen komischen spitzen Felsen hier. Die da überall wachsen. Das ist wieder so ein bisschen helleres, offeneres Biom. Aber wirklich schöne Unterwasserwelten. Da geht es auch schon wieder ziemlich tief runter. Da kann man wieder durchtauchen. In so ein blaues Pflanzenbiom. Oh, da wird es jetzt auch richtig dunkel. Okay. Also hier ist es ein bisschen gefährlich. Wir wissen nicht, was da hinter der nächsten Ecke lauert. Und wir sehen auch fast nichts. Super atmosphärisch da unten. Diesen blauen Korallen und Algen. Wenn man da wieder hochkommt, wird es schnell wieder heller. Da ist wieder ein Mosa unterwegs. Eine Krake. Es gibt auch ziemlich viele Kraken. Das ist ja auch so etwas, was man relativ selten eigentlich sieht. Hier sind überall so Lampenfische. Laternenfischis. Die Kraken gibt es ja auf den offiziellen Maps nur in Maßen. Gut versteckt. Da sind schon wieder komische Tiere unterwegs. Meist nur in so fiesen Krakenhöhlen und so. Also die sieht man wirklich selten. Die gibt es hier so ein bisschen öfter. Weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Die sind halt schon echt gefährlich, ne? Da war ein Plesio. Hier haben wir... Was ist das? Irgend so ein Feuerfisch oder was? Die sind ganz schön groß. Da war wieder eine Krake. Gehen wir mal wieder hier hoch. Das ist mir zu gefährlich und zu dunkel. Schauen wir mal, wo wir jetzt aktuell unterwegs sind. Ich glaube, wir gehen schon Richtung Snowbiome. Genau. Das heißt, wir sind schon so ein bisschen am anderen Ende der Map inzwischen. Hier ist es dann wieder so ein bisschen offener. So grüne Blattpflanzen. Da sind irgendwelche Viecher unterwegs. Das sind Wale. Buckelwale oder so. Keine Ahnung, was für Wale. Sind das Buckelwale? Ich bin kein Wahlspezialist. Sagt ihr es mir? Das sind keine Buckelwale. Das sind so... Ich weiß nicht, wie die heißen. So delfinartige Wale, ne? Ich habe es vergessen, wie die heißen. Vielleicht weiß es einer von euch. Aber die sehen ganz ähnlich aus wie Wale, die es auch heute noch gibt. Ich glaube, das sind keine Urzeitwale. Das sind auch schon wieder so komische. Es gibt auf jeden Fall ein paar neue Unterwassertiere, die wir noch nicht kennen. Dann haben wir, glaube ich, schon mal so einen kleinen Teil der Unterwasserwelt gesehen. Hier sind wir, wie gesagt, im Snowbarm unterwegs. Da haben wir dann so ein paar von den Eisschollen über uns. Auch hier unten teilweise Eis. Und dann kommen wir jetzt auf die andere Seite der Map rüber. Und da ist so der größte Teil der Unterwasserwelt. Also das ist dann ein bisschen weitläufiger. Hier haben wir auch schon wieder ein ganz interessantes Biom. Sieht auch wieder so ein bisschen anders aus. Da wird es dann auch teilweise so ein bisschen tiefer. Also das hier ist das große Meer. Oh. Oh, die wachsen auch von der Decke runter. Sehr cool. Super atmosphärisch. Das sind bestimmt irgendwelche Ressourcen hier. Es gibt, glaube ich, auch so ein paar neue Ressourcen auf der Map zu finden. Die aber, soweit ich weiß, dann auch genauso wie die bekannten Ressourcen funktionieren. Man kann die also dann genauso verwenden. Da hauen wir mal da unten durch. Yeah. Ich glaube, da sind wir jetzt dann aus der Map rausgetaucht. Genau, also hier rechts von uns ist die Map hier links, ist noch nicht fertig. Dann tauchen wir lieber wieder zurück. Da ist wieder so ein Feuerfisch. Und da ist wieder eine riesen Krake unterwegs. Die sind sehr cool, diese Kraken. Hatten wir schon lange nicht mehr gezähmt. Die mögen sich nicht, der Plesio und der Moser. Irgendwelche Meinungsverschiedenheiten da. Und hier kommen wir wieder in so ein helleres Sandbiom mit grünen Pflanzen. Genau, dann kommen wir wieder so ein bisschen an die Küste hier. Also wir sind jetzt quasi vom Snowbiom hier durchgetaucht bis hier runter. Und dann im Prinzip einmal außenrum um die Insel. Wir sind ein Stück weiter hier in der Richtung da vorne gestartet. Ihr seht hier die Map-Grenze. Die verläuft hier so raus und dann geht es da wieder rechts hinter. Also hier ist das Meer relativ weitläufig. Wir können nochmal hier kurz runter tauchen. Aber dann haben wir den größten Teil eigentlich gesehen. Was ist denn mit dem Lied? Sehe ich die los? Der ist ja in den Zaumertrank-Pot gefallen oder so. Seit wann sind die denn so schnell? Das habe ich noch nie gesehen. Die sind eigentlich super langsam, ne? So ein bisschen framey. Also ich glaube, die Map ist stellenweise schon ziemlich fordernd. Aber wir bewegen uns natürlich auch relativ schnell. Also so framey wird es beim Spielen nicht. Da ist wieder so ein... Ich glaube, den kennen wir schon, oder? So ein super bunter Liedsicht. Die sieht aus wie ein Thunfisch. Okay. Und das ist so ein hellerer Teil der Map. Und hier sind wir gestartet, ne? In diesem Biom. Mit diesen super coolen Algen. Wie sagt man? Korallenbäumen. Ja. Ist schön, mal so ein bisschen Abwechslung zu haben. Ich meine, wir haben auch Megalos gesehen. Aber nicht das gesamte Meer besteht aus Megalodons. Das ist, denke ich, auch mal ganz angenehm. Das ist ja so die Hauptpopulation. In den meisten Meeren hier in Ark. Und hier gibt es so ein paar richtig coole neue Sachen zu entdecken. Ja. So viel mal zu The Sunken World. Ist, denke ich, eine ganz coole Map. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ich hoffe, wie gesagt, dass da noch weiter dran gearbeitet wird. Und dass die irgendwann mal fertig wird. Einfach, weil es eine richtig schöne Map ist. Und diese TSW Additions Mod ist auch eine richtig coole Sache. Einige der Tiere, die da mit dazukommen, die sind noch nicht so ganz fertig, so wie ich das verstanden habe. Das heißt, die funktionieren noch nicht so gut. Aber die sind trotzdem in der Welt unterwegs. Also zum Abfarmen und ja, mit denen sind die immer noch gut. Aber zum Zähmen sollte man die dann vielleicht erst mal meiden. Bis man die dann wirklich irgendwann verwenden kann. Aber trotzdem auf jeden Fall cool, dass es so ein bisschen Abwechslung im Meer dann auch gibt. Ja, diese Plattformfelsen hier mit den schönen blauen Seen und den Vogelkopffelsen sind definitiv mein Favorite hier auf der Map. Da würde ich, glaube ich, meine Base aufbauen. Aber es gibt auch viele weitere coole Locations. Es gibt auch diverse Höhlen, die wir noch nicht entdeckt haben. Also, wenn ihr euch da mal umgucken wollt, gibt es noch diverse weitere Sachen, die wir heute nicht gesehen haben. Aber ihr habt jetzt so eine grobe Idee davon, wie die Map aussieht. Ihr wisst so ein bisschen, wie der aktuelle Stand ist. Holt euch auf jeden Fall, wie gesagt, die TSW-Mod dazu, die TSW-Additions. Ich habe euch beide Mods in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann wünsche ich euch natürlich super viel Spaß beim Erkunden dieser wirklich schönen Map. Wie gesagt, in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu G-Portal. Wenn ihr euch da einen neuen Server erstellen wollt mit der Map, bekommt ihr wie immer 10% Rabatt auf euren Server. Das war es erstmal von mir und The Sunken World. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da, ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut und bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.